so jetzt mal schauen was bergauf fahren sagt das funktioniert nicht mehr toll mehr ist aber nicht ich sehe nichts egal ich habe es nicht ja bergauf ich kann fahren ich kann sogar beschleunigen der hinterrheim sei durch ich glaube ich spinne was ist das für eine Scheiße ich habe alles freigelegt ich habe alles freigelegt ich habe alles freigelegt einen einen der 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 weiß Ist das mal vorbei? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Da dann kann womöglich kein Eis ist, die kennen ja die Stellen hier. Jetzt gibt es noch freundliche Menschen auf dieser Welt. Jetzt kommt wieder der Schnee von vorne. Ah man, ich brauche mal raus. Das war's mit dem Video.